Ich zähle bis drei, eins, zwei. Der Bankräuber, der Direktor. Oh, sehr erfroren Sie. Die Polizei wird in 30 Sekunden hier sein. Sie war ja echt große Klasse, hm? Sie liebt mich, weißt du? Und sowas ist was fürs Leben. Rede ich mit dir oder mit wem rede ich sonst? Kleines, wir haben gerade 2.300.000 Dollar an Land gezogen. Und wir müssen das Land verlassen. Sie haben keine Chance. Entschuldigen Sie, Monsieur, ich will Sie nicht prüskieren, aber das ist ein völlig untaugliches Mittel. Ich bin schon seit Stunden an dem Klauen dran. Behalten Sie Ihre guten Ratschläge für sich. Haben Sie mich verstanden? Es klappt wie am Schnürchen, denn ich bin ein... Genie. Ach du. Ihr ist doch völlig verrückt, oder was? Ihr ist überhaupt niemand verrückt. Habt ihr das verstanden? Ah! Also, wie viel wollt ihr? 350.000 Dollar. Ich hab's doch geahnt, er nimmt genau 12 Prozent. 15. Mann, du spinnst doch. Schneid euch mal an. Ich will dem Dicken mal was vormachen. Oh Gott, das ist ne Bank. Das ist kein Überfall. Runter mit den Ärmchen. Jean-Paul Belmondo ist der Boss. Sein Plan ist einfach, aber genial. Der neue Belmondo. Endlich wieder ganz der Alte.